Herzlich Willkommen bei der Staub Design Light AG in Stanzstadt. Wir entwickeln und produzieren hochwertige Edelstahlgartenleuchten für anspruchsvolle Anwendungsbereiche. Alle Produkte sind 100% wasserdicht und bieten Ihnen unbeschränkte Einsatzmöglichkeiten über und unter Wasser. Wir produzieren für Sie individuell hergestellte Einzelleuchten, Lichterketten oder Sternsets in der bewährten Halogen, der LED-Effekt oder der neuen Hochleistungs-LED-Technik. Alle Sets werden mit vormontierten Kabeln geliefert und sind in kürzester Zeit beim Kunden installiert. Dank der gefahrlosen Niederwold-Technik können unsere Qualitätsprodukte überall und von jedermann eingebaut werden. Unser innovatives Team setzt immer wieder neue Maßstäbe auf dem Markt. Mit den neuen temperaturgesteuerten LED-Einsätzen können auch bestehende Halogenleuchten mit wenigen Handgriffen auf die stromsparende Hochleistungs-LED-Technik umgerüstet werden. Unser Ziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Dank motivierten und qualifizierten Mitarbeitern garantieren wir Ihnen stets perfekte Schweizer Qualität bei der Planung und Produktion und bieten Ihnen eine Garantie von 5 Jahren. Lassen Sie sich von uns inspirieren und gestalten Sie Ihren Traumgarten mit faszinierenden Lichtakzenten. Wir erfüllen Ihnen fast jeden Beleuchtungswunsch. Sie werden begeistert sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020